Hallo zusammen, da sind wir wieder. Und wir zocken mal wieder eine Runde LOL, der Kapuzenwurm und ich. Hallo. Ja, mal wieder Twisted Treeline, weil wir wissen ja wieder, dass wir gewinnen. Wir wissen das, ja. Deshalb haben wir Twisted Treeline genommen. Genau, also muss ich es nur einbilden und dann geht's, sagt der Schieb. Ja. Also ich spiele den Malzahar, versuche ihn, habe ihn auch noch nie gespielt. Das ist jetzt gerade irgendwie so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also gerade in LOL gibt es halt immer wieder Champions, die man noch nicht gezockt hat. Ja. Und stolpert halt mal immer wieder einen Champion oder so und die kenne ich, Katharina kenne ich auch, aber Malzahar habe ich noch nie gezockt. Also deswegen bitte auch nicht punishen und sagen, hm, du bist so scheiß. Ja, das mag sein, also vor allem mit den Charaktern bin ich das sogar. Okay. Ich bin ziemlich sicher, weil ja, ich kenne ihn halt nicht. Also ich kenne ihn, aber ich habe noch nie gespielt. Ja toll. Und was ist? Und die haben da unten Doktor Mundo, ey, genau, voll ab. Doktor Mundo, ja, der ist, ja, äh, äh, der hält viel aus, ja. Ja, ich finde schon. Ja, also. Äh. Ja, Thomas, ich hole mal das diesmal. Okay. Ich überlege auch gerade, aber passt, hab's. Do not fear. Gehst du rauf? Ja. Äh. Achso, gehst du nach unten? Ne, soll ich? Ich... Ja komm hoch. Ich denke mal, dass zwei unten sein werden, der braucht mir den Support. Okay. Ich denke mal. Ja, aber kann ja auch sein, dass die zu zweit oben sind, ne? Ne, das ist meistens unten. Wenn Bot ist immer... Aber wieso ist das so? Pfff, äh, das weiß ich nicht. Äh, vor allem, was mich dann irritiert, wenn jetzt einer sagt, okay, das ist wegen Blue und so, ist es ja nicht, weil, äh, wenn das Spiel verkehrt ist, wenn du jetzt, sag mal mal, bei anderen auf der gegenüberliegenden Seite bist. Ja, klar, dann ist es ja auf anderer Seite. Genau, äh, aber warum das so ist, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Äh, aber es ist in dem meisten Fall nicht so. Aber es macht doch, glaube ich, gar keinen... Also... Es macht, glaube ich, gar keinen Sinn, warum das so ist. Ne, eigentlich, ja. Tja. Oh, 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 was ist denn hier los? Die Gänge, denen da unten? Ne, er hat uns überlebt. Okay, sehr gut. Oh, 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 oh. War aber knapp genug, ne? Ja, äh, war etwas close. Also das, das, das ging jetzt fast ins Höschen. Ja, das, also, first blood müssen wir schon haben, weil das ist nicht gut. Ja, das brauchen wir. Das ist nicht gut, wenn wir das haben. Das stärkt die Moral. Ja, schon. Aber, da wir eh wissen, dass wir gewinnen, ist Moral ja überhaupt kein Fakt. Eigentlich gar kein Thema. Aber, und auch, auch wenn ich weiß, dass ich gewinne, habe ich trotzdem ein bisschen Respekt vom Doktor Mundo. Weil, wenn mir der sein Bein in den Arsch haut, dann, dann kneift es. Oh, jetzt habe ich, ich habe die Fettin fast getötet. Also, ich habe ja sogar noch Ignite draufgeschmissen, aber. Ja. Okay. Äh, pass auf, du bist, glaube ich, gerade ein bisschen pushig unterwegs. Ja, ich will. Und wir kommen, wir kommen, wir kommen gerade rauf, weil die sind zu zweit. Oh, oh. Jetzt sterbe ich auch, glaube ich. Ne, 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 ne. Not today. Oh, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich halte mich mal schnell. Ja, ich hatte gerade nicht den... Ja, first blood, first blood. Sehr schön. Awesome, hier schau, ich habe einen kleinen Krabbelkäfer. Ach ja, genau, du hast ja deinen... Ja, ich habe ganz vergessen. Tja, und der muss es verhauen. Okay. Ah, ich habe die noch getroffen gerade, lol. Wann kommt der Krabbelkäfer, weißt du das? Ne, weiß ich nicht. Ist er nicht bei dem Skill dabei? Ne, gerade ist immer der Passive. Ach so, der triggert nur manchmal einfach, oder was? Genau. Aber jetzt sind die zu zweit oben. Ja. Mich würde mal interessieren, ob wir schon mal gegen den Abonnenten gespielt haben. Ja, das... Könnte ja sein. Also... Das ist sehr selten, glaube ich, der Fall. Ja, aber theoretisch, ne? Es könnte schon gehen. Nein. Also wer Nacht zwischen 2 und 3 spielt, der kann ein bisschen mehr Glück haben. Der hat, der hat, der hat Glück, wenn er uns ganken möchte. Also... Ja, wenn er auf Gangs drauf ist, sollte er zwischen 2, oder? Was? 9 und 3, oder was? Zwischen 2 und 3, also Nacht. Also... Ja. Der sollte da ankommen. Ja, den Turm nicht mehr abbekommen. Ah, pass auf. Achtung, oben ist einer. A Trainer. Vielleicht sprechen die sich nicht ab und die ist jetzt hier. Ha, 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 ha. Du Fuchs! Ja. Äh, du weißt schon, dass man sich auf der Twisted Freeline keine Wards kaufen kann. Ah, ok. Ne, wusste ich nicht, aber ich... Ja, aber jetzt hast du es. Ich vergesse die eh immer. Ja, ja, ich sag nur generell, es ist vielleicht eine nette Side-Info. Du musst zu mir wieder. Ja, komm wieder hier rum. Ich laufe schon. Kriegst du noch? Komm, hol den, hol den. Geh auf die, geh auf sie, geh auf sie, geh auf sie, geh auf sie. Ja, ich hab leider die falsche Taste gedrückt. Ich hab gedacht, meine Kuh wäre schon wieder ready. Ok. Deine Kuh? Ja. Ja, hier mein Alpha Strike. Ready to... Steep. Weil der hat nix mehr. Ja, äh, ok. Das war... Ah, komm, steep! 10 HP. 10 HP. Hast du noch? Sie! Ich bin wirklich strong. Ach so, ok. Ich muss auch mal langsam zurück einmal. Naja, die oben sind ja noch ziemlich weg. Jetzt miaut mein Kater hier rum, ich soll ihn reinlassen. Hey, hey. Rüber hier, komm hier. Das Problem kenn ich. Geh in dein Körbchen. Komm, hopp. Du Noob. Du Noob. Ja, der ist halt ein Noob. Sag jetzt Katze Noob. Ja. Wie kannst du noch? Weil er halt ein Noob ist. Der ist schwarz. Ja, aber der ist trotzdem ein Noob auch. Der spielt sehr schlecht Counter-Strike zum Beispiel. Oh, ok. Ja gut, dann ist er... Ja, das ist ein super Noob. Der Kater also. Das geht gar nicht so was. Äh, wann wollte ich mir den holen hier? Mein Gott, ich find's grad nicht. Äh, was... Ich wollte eigentlich auf Ability Power wieder gehen. Ja, geh von Anfang an auf Ability Power. Ja, mach ich auch. Weil... Da komm ich sehr gut klar mit. Ich geh da schon wieder hin. Oh, ok. Oh, ok. Top, 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 top. Ja, ja, ich bin grad am Weg dahin. Oh. Aber ich brauch auch mal langsam meine Ulti. Jawoll, noch voll auf den... An den drangesprungen. Super weit, so. Ok. Ach, mach ich denn. Ich hau den hier raus, obwohl ich voll bin. Rübe, es geht jetzt nicht raus. Hier, geh in dein Körbchen. Ist auch geil. Kannste chillen und so. Das ist super, Rübe. Rübe, hier, guck mal hier. Kannste chillen und so. Ich hab's selber schon ausprobiert. Ne. Hattest du davor auch Taustiere? Ja, ich hatte schon viel. Kaninchen, Meerschweinchen, äh... Wüstenspringmäuse, Degus... Äh, äh, Achtung. Schieb, komm her. Hilfe, Hilfe. Ach so, ja, ich versuch's. Ja, er hat's gecheckt schon. Ja, das sieht mehr, das sieht mehr. Da ist ja nicht nur einer. Da, schau. Ja, ja, ich komm von der anderen Seite. Ja. Oh, zurück. Oh. Mal auf, mal auf, da sind alle drin. Los, geh drauf, ich heil mich. Ja, ja, Doppelkill. Jawoll. Genau, komm, ja. Aber war noch eine geile Aktion, oder? Das war super. Ach, kriegst du die noch? Ne. Ein Vieh vielleicht. Ne, ich glaub auch nicht. Ah, er ist schon tot, der hält dir nix aus. Wer ist tot? Ach, der Gegner noch gerade? Ne. Ne, aber mein Krabbelkäfer. Ja, gut. Ne, ich hab ihn noch gekillt. Lol. Ja. Wie, weiß ich jetzt auch nicht. Frag. Schön pushen, ne? Ja, aber ich hab kein Leben. Ja, okay, aber egal. Hauptsache getötet. Oh ja, meine Hau, du wirst mir sympathisch. Kann man ein Eis essen gehen, wenn du Zeit hast? Oh, jetzt ist mein Kater hier aufm Schreibtisch. Rüber, ab, geh ab. Geh runter. Aufm Schreibtisch gib ich nicht. Magst du das nicht? Oh, jetzt will meine wieder rein. Ne, weil irgendwann, äh, läuft der immer so über die Tastatur und so. Und das geht mir um den Sack. Okay. Ja, dann geht's wieder raus. Hau ab. Und verpiss dich. So. Warum pro Teufel sprich will meine gerade rein, also. Alla haben wir dieses Katzenproblem, ne? Katzenbesitzel. Noll. Sie hat die D rein, äh, hier gerade an Heel reingehauen bei sich, weil ich bittiin bis hier ne 그래서 Enler respondents hat auch absolutきます. Lolololololol ohllo responded, move on. Lololololo. Lolololol有一 Ne, pass auf, sie kriegt man ein Problem mit der Gema. Das könnte ja schon Heavy Metal sein. Lololololol, machen wir lieber Opa. Die sind meine Armen so back in die Opa und hör' Und, wer den darf oder dark, der darf? das ist nicht so wichtig LOL Moment die Kerl Ist nicht gut Kann mal einer kommen hier? Ah ok der haben wir da Die oder der der dran Oh der ist doch richtig schlecht Ja nicht den Turm Junge Warte auf ich glaube Geht es gleich Besuch vom Master Yi Meinst du? Ja das riecht danach weil er könnte ihn richtig schön abstauben Ich denke auch ja Warte mal aber die haben ihre Portale Eingenommen Oh haben sie doch oder? Ne wir haben sie eingenommen Oh scheiße alle drei hier Warte ich komm ich komm ich komm Oh warte ich hätte den so gut bekommen Alter Ja was soll ich denn machen? Ich wäre gestorben Ich 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 das war ja nicht an dich Das war ja kein Appell an dich Die andere hat auch nix so weißt du Ich wollte die noch schnell weg zappen so Was? Ich hab grad mein Ulti voll verwastet Mein Ulti Stunt ihn ja das ist eigentlich ziemlich geil vom Valsa Ok Kennst du sein Ulti? Ne Er saugt ihn quasi aus und Stunt ihn so Da kommt so ein Strahl und macht urviel Schaden Und er kann sie nicht bewegen Ok Das ist ziemlich geil eigentlich der Tag Weil die auch stark ist Aber die bin ich grad voll verhaut Wir müssen die mal ein bisschen vom Farmen abhalten Weil im Moment sind wir noch Bisschen voraus Japp Pass auf jetzt Er wird nicht runter wenn ich hier rauskomme Ich werd mir auch gehen wollen und hilf mir Oh meine Ulti war doch Hier hilf mir Wo bist du denn? Oben Ja ich komme Hau ab Ach scheiße was mach ich denn? Der Tod ist er Sehr gut Sehr gut Sehr gut Direkt den Die nächsten Der Zappel Raul Perfektion Ich würd sagen das läuft ganz gut Ja getötet Ja getötet Awesome Ah Bodo Bodo geht da oben Er heilt sich Ah komm Mein Krabelkäfer Krabelkäfer Hol ihn Krabelkäfer Ich schaffs aber auch nicht mehr Krabelkäfer Gib ihm Gib ihm Krabelkäfer Er hat mich enttäuscht Ja Ist nicht so ein toller Oh Da fühlt mich die Katelyn nicht enttäuscht Ah Sie hat ihn noch getötet Ja Sehr schön Das ist jetzt mein neue Krabelkäfer Die Katelyn Ja Oh Top Ich hab grad nicht aufgepasst Ja ich auch nicht Dann sind wir schon zwei Pass lieber auf Bisschen Ja warte ich krieg die ja Das ist weit aber wenn ich gleich da bin 30 Sekunden dauert meine Ulti noch Oh guck mal da unten ist Master Yi fast voll Wo ist jetzt die Katelyn? Lass uns den Master Yi unten holen Die Katelyn ist hier irgendwo Die macht mich unruhig Hier war sie nicht wo ich lange lauf bin Lass den Master Yi holen Da ist doch der Mundo Hier ist er doch guck mal Ja da ist doch der Mundo Ist ja so schlimm Geh drauf geht drauf geht drauf geht drauf Das ist das was ich meine meine Ulti Ich heal ich heal Ja das ist jetzt Das hilft nichts wenn ich tot bin Entschuldige Entschuldige Ja Es tut mir leid Habe ich nicht korrekt reagiert Also Komm töte die doch Ah ich hab derzeit dagegen angeheilt Hab gehofft der Dezran töte die 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 Die